hallo freunde hier bei einem neuen let's play und zwar wollen wir hier eine farm bauen ja eine farm wo man halt kühe hühner enten gänse und so weiter halten kann und das soll wie folgt aussehen machen ringsherum jetzt alles auf einer höhe gleichen das gehen wir ein bisschen an nein so nicht so mal gucken hier noch zu denn schnell fix angleichen so erste erde ist weg wieso gibt es auch kompliziert und es einfach geht war so nicht immer blöd wenn es hier unterschiedlich hoch ist kann man nicht so braun wie man eben möchte muss für immer viel ausgleichen nein und schnell ging soll das ist immer solcher alles per hand macht ohne befehle dauert es immer halt eine weile so nicht ich glaube wir müssen wieder bisschen er die holen wieso fehlt hier so können wir gleich hier den bambus mitnehmen wenn wir schon mal hier sind der wächst jetzt ziemlich gut wo man müssen erde bis 6 hat schon wir zu weit da kann blimmig können auch wieder sein der weizen kann auch da rein so das ist auch fertig das ist auch fertig das ist auch fertig das ist auch fertig also kann das erstmal in die essens truhe rein das eisen schmeißen das eisen schmeißen beim reich mit rein und er werden wir eine ganze menge jetzt brauchen so müsste erstmal ausreichen nach oben falsch gelaufen wir wollen ja hier ein kleines projekt bauen eine farm wieso baue ich das nicht da hier können wir auch was kleines aber feines bauen so 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 immer blöd wenn man hier alles und eben hat und möchten quasi eben eine fläche haben muss man das alles erst aus und angleichen ja doof aber es geht schon nicht so schlimm wie ich erst dachte so laufen wir mal rückwärts nein nein aber es funktioniert auch so 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 sind wir gleich fertig kann der rasend schon wachsen hoch so 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 wenn ich schnell gegen so geht es immer schief so 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 hier hier auch lang ziehen so nächsten stick bei erde haben wir ja massenhaft können wir solche fläche mal mit auskleiden nein nein es passiert immer und immer wieder ist jetzt nicht so schlimm so fangen wir mal hier an so mal gucken ist doof soll ein freistehender zaun sein nicht irgendwo so fangen wir mal hier so rüber holz können wir gleich besorgen so was sind wir im friedlichen modus so können uns keine viecher stören aber wenn wir falsch gelaufen haben wir wieder zu viel erde mit holz eichenholz nehmen wir mal eichenholz und muss ich echt holz hauen gehen wollte ich eigentlich gar nicht aber müssen wir doch ein paar extra herstellen extra wir müssen drehen so 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 so